McDonalds Schweiz bietet 7600 Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz. Weil wir letztes Jahr mehr Gäste bedient haben, konnten wir 300 zusätzliche Stellen schaffen. 2010 und 2011 haben unsere Mitarbeitende McDonalds Schweiz als Great Place to Work ausgezeichnet. Das gleichnamige Institut hat, basierend auf Mitarbeiterumfragen sowie einer Bewertung der wichtigsten Zahlen, Fakten und HR-Prozesse, McDonalds als einen der Top 15 Arbeitgeber der Schweiz evaluiert. Wir freuen uns in 2013, die neue eidgenössisch anerkannte Lehre im Bereich Systemgastronomie einführen zu können. So werden wir in der Lage sein, noch mehr jungen Menschen eine Lehrstelle anzubieten. Im letzten Jahr konnten wir in unserem Restaurant und im Service Center rund 80 Lernende ausbilden.